Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Tech Group Podcast im YouTube-Kanal. Und schaut mal, was hier gerade bei mir reingeflattert ist, man kann es fast gar nicht richtig erkennen. Das ist eine Apple Watch und zwar ganz genau eine Apple Watch Series 8, Aluminium, Starlight und 41 mm. Ich habe hier eine 45, 44 mm Series 5 noch, weil ich letztes Jahr ein bisschen zu sehr gehofft habe, dass die 7er in einem kantigen Design kommt. Deswegen trage ich noch die 5er. Man mungelt ja, dass da eventuell auch jetzt hier eine Apple Watch Ultra zu mir auf den Weg ist. Bis dahin erstmal die, aber nicht für mich, sondern für meine Freundin. Sie hat sich jetzt entschieden, von ihrer ersten SE zu upgraden. Und ich darf das jetzt hier mal anschauen. Ich mache das jetzt hier einmal auf und gucke es mit euch zusammen einmal an. Wir haben hier wieder diese sehr coole Verpackung. Und da ist es auch schon, die coole Apple-Verpackung mit diesen ganzen Uhren und so. Das sieht schon echt cool aus. Bin sehr gespannt, wie die Ultra-Verpackung aussieht. Ich glaube, die wird nochmal anders aussehen. Wir haben zwei Dinge hier drin. Wir haben einmal das Armband hier drin. Alles in Polarstern. Da würde sich meine Freundin sehr freuen. Sieht ja eigentlich auch schön aus. Ist jetzt halt etwas mehr, vielleicht was für die weiblicheren User. Ich will es jetzt nicht unbedingt, obwohl ich meine, ich glaube, das Armband ist auch Polarstern für die Ultra. Weil das mit dem Titan-Gehäuse am besten aussieht. Die ist ja auch quasi Polarstern. Und hier haben wir das Armband. Sieht schick aus. Sieht so weit erstmal richtig gut aus, muss ich sagen. Ist auch, wie gesagt, auch Polarstern. Hier sieht man das. Starlight. Das ist ja die englische Bezeichnung davon. Und dann haben wir hier, auch wieder so erhaben, wie beim iPhone 11, um Gottes Willen, wie beim iPhone 14 Pro, haben wir hier die Apple Watch Series 8, die ja zur 7er auch wieder nur ein relativ kleines Upgrade war. Aber immerhin ein Upgrade. Und ja, diese ganze Temperaturgeschichte, die sie jetzt kann, plus auch die Crash Detection, also die Unfallerkennung, ist jetzt schon nicht unwichtig. Und ja, dann hat man jetzt überlegt, macht man jetzt noch die zweite SE. Aber die hat dann auch zu wenig Features bekommen. Deswegen ist es dann doch die 8er geworden. Wir gucken einmal ganz kurz das Kabel an, denn das ist ja Fast Charging. Habe ich auch noch gar nicht hier, weil die Firma das ja gar nicht kann. Das erkennen wir auch erstmal daran, dass wir hier einen größeren Stecker haben. Der soll wohl die Energie besser leiten können. Und wir haben das hier ein Aluminium-Watch-Kabel. Das ist cool, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die waren ja bloß noch Plastik in den letzten Jahren. Also außer bei den, ja, bei der 6er war es glaube ich auch nicht Aluminium. Also ich glaube jetzt ab der 7er wieder. Sieht schick aus. Den war auch beiseite, denn wir wollen ja hier uns mal die Uhr anschauen. In diesem kleinen Kästchen hier, äh in diesem kleinen Verband. In dieser kleinen Tasche, so. Ich mache das jetzt mal, oh ne, so macht man das glaube ich nicht auf. Ist egal, ich reiße es jetzt mal auf, bevor ich jetzt hier drücke und sie mir noch durch die Gegend fliegt. Und da ist sie. Sieht sehr, sehr cool aus. Also wirklich, sieht gut aus. Wie gesagt, wäre jetzt nicht mein, äh, mein Ding. Aber, auch alleine wegen den 41 Millimeter nicht unbedingt. Aber, Polarstern-Farbe. In echt habe ich jetzt auch so zum ersten Mal so richtig in Ruhe quasi mal gesehen. Ja, machen die Bänder mal ran. Passt. Sieht schick aus. Glauben wir hier. 44 Millimeter und das ist 41 Millimeter. Mit natürlich diesem größeren Display-Design. Und ich würde sagen, wir richten hier einfach mal eben kurz ein. So, ich habe jetzt hier mal mein 14 Pro bei der Hand und wie immer hängen wir das hier so mal ran. Und da geht es auch schon los. Richten das Ding ein. Für mich selbst konfigurieren. Oh, ich könnte es, kann ich es vielleicht für meine Freundin konfigurieren. Okay, nee. Also es ist wirklich nur für Kinder. Ich habe es noch nie probiert. Deswegen habe ich jetzt, äh, passt jetzt nicht. Hier scannen wir den Apple Watch Code. Jetzt ist sie gekoppelt. Ich nehme jetzt erstmal alles so mit. Die wird sowieso nochmal zurückgesetzt, weil ja meine Freundin die dann auch noch haben will. Also von daher, ich will die jetzt nur für das Video einmal auspacken und einmal anlegen. Und ja, also ich finde, es sieht schon gut aus. Also das Display ist sehr gut. Und, äh, also die 44 wirkt schon nochmal größer. Jetzt im Vergleich vor allem, ne. Also das ist ein, gut, das sind 4 Millimeter. Aber mal schauen, wie es gleich mit dem Display ist, wenn, ja, das halt ist ja ein bisschen mehr Fullscreen als bei den, bei den Firmen. Ich habe ja jetzt hier, habe ja jetzt hier auch so ein Fake, äh, Fake Watch Face dran, dass man halt denkt, es wäre alles schwarz. Das ist es ja gar nicht. So, wir sollen auf dem iPhone weiter fortfahren. Jetzt wird die Sprache eingestellt. Akzeptieren wir natürlich alles. Sehr klar. Analysedaten wollen wir nicht. In Apple Watch Code, äh, mache ich jetzt einfach mal was Einfaches. Mach mal ja mal auf der Apple Watch dann, ne. Ja. Aber seht mal, wie schön das Display ausgenutzt wird. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe, wie gesagt, letztes Jahr auf die, ähm, auf die 7er verzichtet, weil mir der Sprung von der 6er, und das hat mir dann doch nicht so richtig gefallen, war mir dann halt irgendwie doch nichts. Deswegen habe ich dann gedacht, okay, ich ziehe nochmal ein Jahr durch. Jetzt ist die 8er halt rausgekommen mit weniger, also nicht viel mehr Updates irgendwie, von daher, ja, gut. Jetzt gibt es ja die Ultra. Schauen wir uns die Ultra auf jeden Fall auch an. Also da wird es auch ein Video geben, äh, wenn die hier, wenn die rauskommt. Hier, Raster oder Listeneinstellungen. Wir bleiben mal bei Raster. Und jetzt wird es synchronisiert. Und ich merke mich zurück, wenn der Kreis hier voll ist. So, auch das dauert in der 8. Variante der Uhr immer noch relativ lange. Aber jetzt ist sie da und ich muss sagen, ja, ich, wie gesagt, bin ich der größte Fan gewesen letztes Jahr von der 7er, weil ich halt dachte, das Upgrade war halt zu gering. Ist es immer auch, also das ist ja dieses Jahr auch jetzt nicht der große Sprung. Aber ich muss sagen, optisch, ähm, mit dem Display so, das wirkt vor allem in dieser Größe auch eigentlich ganz nett. Also ich muss, muss mich, also ich muss mich damit jetzt nicht auseinandersetzen, weil ich die jetzt nicht benutzen werde, so großartig. Aber vom Ding her, jetzt ist sie natürlich immer wieder gesperrt. Von der Sache her, wenn wir mal ein paar Ziffernblätter durchgehen. So, Astro-Ziffernblatt. So, hier, Activity-Ziffernblatt. Das sieht auch ganz gut aus. Schön, wie da der Bildschirm auch komplett ausgenutzt wird. Das sieht schon auf meiner anderen noch ein bisschen anders aus. Also da hat man dann doch ein bisschen mehr Rand. Ich kann das ja mal kurz machen, wenn ihr mal gucken wollt. Also, ne, ihr seht den schwarzen Rand. Jetzt muss ich hier mal meinen Code eingeben. Ihr seht den schwarzen Rand, ähm, bei der Series 5 und den dünneren Rand auf jeden Fall bei der Series 8. Also das ist definitiv, äh, cool. Ein gutes Upgrade. Meine Freundin wird sich sehr freuen, äh, weil die wirklich sehr, sehr schick aussieht, diese Uhr. Und dementsprechend, äh, schauen wir mal. Und ich werde auf jeden Fall im Techpool-Podcast sicherlich auch nochmal ein bisschen über die Uhr sprechen. Wie sie so damit zurechtkommt, wie die Körpertemperatur-Geschichte bei ihr funktioniert. Da muss sie ja erstmal ein paar Nächte mit der Uhr schlafen, um da jetzt Messungen zu bekommen. Und auch generell, wie solche Dinge jetzt, wie sie das so, ja, ich meine, die Crash-Detection wird sie jetzt hoffentlich nicht benutzen müssen. Aber generell so, wie sie damit so zurechtkommt und ob die Achter vielleicht mir auch was auffällt, was da vielleicht nicht so gut ist. Äh, was ein bisschen komisch ist, dass das Band hier so ein bisschen wackelt. Das ist sehr merkwürdig. Das ist ja gleich nochmal reinmachen. Aber ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Apple Watch ihr benutzt. Ob ihr auch eine Series 8 gekauft habt oder sagt, ich warte noch ein Jahr. Oder ich gehe gleich auf die Ultra, wie auch immer. Wenn ihr was zu Ultra sehen wollt, abonniert hier auf jeden Fall den Kanal. Und generell, wenn ihr Tech-Reviews und auch vor allem Unboxings nicht verpassen wollt, abonniert den hier auch. Und abonniert den Techpool-Podcast jede Woche eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt, zu Tech-News, Reviews und allem drum und dran. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns alles spätestens beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.